ihr es nicht wollt dann ja keine ahnung ich finde ich finde sowas interessant diese hintergrundgeschichte die da dahinter steckt ja die hintergrundgeschichte die dahinter steckt genau genauer kursi fliegt du laberst wir totalen müll oder nicht es es geht mir zu einfach Unsere Forscher haben sich das Leben von Altair Ibn Lahat angesehen und hofften eine Biografie zu finden, die als Beispiel für Abstergos globale Öffentlichkeitsarbeit dienen kann. Aber leider ist dieser abtrünnige Assassine nichts dergleichen. In diesem Material sehen wir einen Mann, der vergnügt einige der strengsten Tabus seiner Kultur bricht und das mit einer Arroganz, die an Größenwahn grenzt. Viele unserer Forscher empfanden die Argumente seines Rivalen, eines Mannes, den wir als Abbas kennen, als klarer und überzeugender als alles, was sie sonst von Altair zu hören bekamen. Ich habe eine Anfrage eingereicht, die Suche nach Abbas' Nachfahren zu verstärken, falls welche existieren. Es ist uns klar, dass Altairs Verfehlungen zu den Hauptgründen gehörten, warum sich sein Orden Mitte des 13. Jahrhunderts aufgelöst hat. Und wir können nur ahnen, welch unglaublicher Fortschritt es gewesen wäre, hätte sich Abbas moderate und vernünftige Philosophie durchgesetzt. Okay. Wieder was Neues. Du kannst hier anscheinend alles doppelt und dreifach irgendwie hacken. Dann bekommst du wieder was Neues. So kommt es mir zumindest vor. Hier aus dem Weißen mal nicht. Dann ist hier vielleicht irgendwo so ein Ding. Okay. Ausgang. Jetzt müssten wir aber durch sein. Hier waren wir noch nicht. Oder? Doch, kann man hier. Hier waren wir schon. So, jetzt müsste es aber langsam mal alles gewesen sein. Ich glaube mir, ich gebe es nicht. Hier ist die Kamera. Ja. Sie wird hier. Mist, da sitzt einer. dann setzen wir uns mal das ist aber nicht unsere unsere ist ja ja hier hier Ich will nicht hin. Das ist ein bisschen tricky. Wie ich da auch sieht. Ne. Puff. Was? Die Zukunft fliegt in Blume. Ah ja. Blume. Die Blume. Blume. Die Blume. Mhm. Hm. Ist hier einer? Ist auch keiner. Cool. Äh. Drei mir da was Pausen oder was. Oh nö. Ich möchte ein Desmond von Antikythera. Das ist diese komische Würfel, die wir vorhin schon gesehen haben. Zieh uns scannen. Bums. Selbstverständlich nicht. So, hier gibt es Fressen und Saufen und so ein Kram. Cafeteria nennt man sowas auch. Da ließ ich ein paar Bücher legen und die waren dann einige Tage verschwunden. Hä? Gestohlen? Ja, kommt das selber nicht. Nicht. Okay, ich glaube das war es jetzt endgültig. Ist hier vielleicht was? Hm, 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 hm. Okay, dann gehen wir wieder in unseren Anruf. Mann, jetzt haben wir hier eine Zeit verbracht, du leck mich im Arsch. Ich habe ein schlechtes Gefühl dabei. Du könntest verletzt werden. Das würde ich nicht ertragen. Ich bin vorsichtig, Ehrenwart. Und wenn ich erst reich und etabliert bin, lass ich dich holen, bestimmt. Caroline, komm weg da! Nicht überanstrengen! Ich kann dir nichts versprechen, Edward. Wenn du zu diesem Wagnis aufbrichst, kann ich dir nichts versprechen. Lieb mich nicht auf, Caroline. Nicht, wenn ich dich am nötigsten habe. Oh, meine Tür. Cool. Hä? Was ist das? Oh, Mann. Nach vor 1780. Versuchst du deine Gedanken zu ordnen? Nur ein kurzer Brief nach Hause. Ich bin hier sicher ohnehin egal. Oh, ein hartes Herz, das weicher sein sollte. Oder da weich, wo es hart sein sollte. Woher kommt das plötzliche Interesse an seinen harten Stellen, Mr. Wreckham? Du willst es gar nicht mehr, oder? Oh, Ei. Ein kleiner Hinweis vielleicht. Oder ein großer, falls du ein echter Gentleman bist. Öffne deine Hand. Wer schießt da? Verletzt du schon für den Hafen laufen? Ja, das ist. Oha. Oh, oh, oh. Piratenflagge gehisst. No doubt. In at the moonshine. Das ist Captain Woods Rogers. Kein Mann, der mein Gesicht sehen sollte. Wir erbitten ein Parley mit den Männern, die sich selbst die Gouverneure dieser Insel nennen. Charles Vane, Ben Hornigold und Ed Patch. Tretet vor, wenn's recht ist. Ist wegen des Patons? Verdammt, was treibt Hornigold da? Er ist der Vergaselfuss. Was habt ihr Männer vor? Ich bin dankbar für eure Gastfreundschaft, Captain Hornigold. Ich dachte, unser Empfang würde ruppiger verlaufen. Verwechselt nicht Höflichkeit mit Unterwerfung, Gouverneur. Ich bin neugierig, was ihr zu sagen habt. Doch andererseits auch unentschlossen. Sehr gut gesagt. Und um vieles ehrlicher, als ich von einem Piraten erwartet hätte. Auch ich verspreche denen Aufrichtigkeit, die mich anhören. Ihr werdet schon noch sehen, Gouverneur Rogers. Diese Schurken zeigen bald ihr wahres Gesicht. Ruhig, Commodore Chamberlain. Ich gab Captain Hornigold mein Ehrenwort, dass wir gleichberechtigt verhandeln. Das wird euch auch nicht selten. Männer wie er sind Gift für den Ruf seiner Majestät. Und ein gefährliches Krebsgeschwür für die neue Welt. Der König will sie vernichtet sehen. So viel ist klar. Das ist der Marktplatz? Zumindest das, was dem am nächsten kommt. Unglaublich. Nicht sauberer als ein Hundezwinger. Captain Hornigold, bitte ruft eure Männer. Rackham, Wayne, der Gouverneur schickt nach euch. Bringt Burgess und Cogram auch mit. Ich weiß nicht warum, aber ich strau die Sache nicht. Und schね das Radbenloch als wäre es unser. Ihr da, Habe. Sie können. Mist Diese scheiß Verfolgungskacke Komm her Ich habe meine Methode, Kommodor, und ich erwarte, dass ihr euch Wort für Wort an sie haltet Scheiße Geht für die Gesandten des Königs Aus dem Weg, Bastarde, weg da! Unser einziges Ziel ist, mit den Herren dieser Ansiedlung zu verhandeln Allen anderen raten wir, ihren üblichen Geschäften nachzugehen Bewegung! Los! Kommodo Chamberlain, bitte ruft alle Händler, Steinmetze und Händler zusammen und lasst sie am Nachmittag zu mir kommen Wir müssen diese Festung wieder instand setzen Ich will keine Feindlisten aufbeführen, Kommodor Trotz unserer Waffen sind wir ihnen zahlenmäßig unterlegen Die Überredungskunst ist unsere beste und schärfste Waffe Geschwätzt, Gouverneur Wir sollten alle Schiffe versenken, die nicht des Königs Flagge tragen Wenn nicht, wehren wir Zweifel an unserer Ernsthaftigkeit Ich bin der Gottverdammte Gouverneur hier Im Dienste seiner Majestät und ich treffe alle Entweidungen Ist das klar? Sir Eure Wünsche sind klar wie gesagt Och, boos! Äh, 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 äh! Huh? 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 Hey da Äh, 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 äh! Ha, äh, äh, äh! Ah ja... Ähh, ähh! Das wird ein Akzeptor. Meine Fresse. Das sind die Kartenkommodoren. Sind bereit. Governor Rogers glaubt, er könne Männer aus diesen Affen machen. Ich jedoch nicht. Geht nun und erwartet meine Befehle. Ich ziehe ihn. Ich will sie. Haben wir das Ding hier eingenommen oder was? Hä? Wenn wir das Ding mal hier einnehmen. Ähm, kommen wir da hier so hoch? Selbstverständlich nicht. Hier so vielleicht. Auch nicht. Also. Außenrum. Hier lang. Genau. Das sieht doch ganz gut aus hier. Äh. Äh, nee. Das sieht doch nicht so gut aus. Hier lang. Ha. Alter. Vor. Äh, nee. Schon wieder. Zack, zack. Hoch. Alter. Hey, was? Hast du noch nicht gesehen? Hast du dich nur getäuscht? Ich hab dir eine Mucke. Hey, komm zurück. Hör dir Videos. bleibt bitte stehen oh no versprechen und erklären wir hiermit dass einer der genannten Piraten sich am oder vor dem fünften september im jahre des herren 1718 einem der obersten staatssekretäre von großbritannien oder irland ergibt oder einem gouverneur oder vizegouverneur auf einer unserer antlanzungen in übersee jeglichen oder jegliche piraten der oder die sich auf diese zuvor beschriebene weise ergeben erwartet unser großherziges pardon für seine oder ihre akte der piraterie die vor dem fünften januar des folgenden jahres begangen wurden und wir befehlen und weisen alle unsere admirale kapitäne und offiziere zur see an sowie all unsere guberneure und das dürfte wegeteuer andere orte in unseren plantagen gebieten und all unsere zivilen und militärischen offiziere derjenigen piraten habhaft zu werden die sich weigern sich wie beschrieben selbst zu stellen und zu ergeben die Die Alarmglocke wurde geläutet! Leute, Leute, Leute! Leute, Leute, Leute! Unsere Anpflanzungen in den Übersee, jeglichen oder jegliche Piraten, der oder die sich auf diese zuvorbeschließte Weise ergeben, erwartet unser großherziges Fardon für seine oder ihre Akte der Piraterie, die vor dem 5. Januar des folgenden Jahres begangen wurden. Und wir befehlen und weisen alle unsere Admiräle, Kapitäne und Offiziere zur See an, sowie all unsere Gouverneure und Kommandeure unserer Fort, Burgen und andere Orte in unseren Plantagengebieten und all unsere zivilen und militärischen Offiziere, derjenigen Piraten habhaft zu werden, die sich weigern, sich wie beschrieben selbst zu stellen und zu ergeben. Zack! Guck mal, alle sind ja überall! Hä? Achso, das ist schwer! Lull! Okay! Wo ist die Glocke? Wo ist die Glocke? Schleifig! Nein! Das ist so! Oh, du! Schleif! Schleif! Du kommst hier, du verdammte Räger! Ah! 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 im Jahre des Herren 1718 einem der obersten Staatssekretäre von Großbritannien oder Irland ergibt oder einem Gouverneur oder Vize-Gouverneur auf einer unserer Anplantungen in den Übersee jeglichen oder jegliche Piraten der oder die sich auf diese zuvor beschriebene Weise ergeben erwartet unser großherziges Pardon für seine oder ihre Akte der Piraterie die vor dem 5. Januar des folgenden Jahres begangen wurden und wir befehlen und weisen all unsere Admiräle, Kapitän und offensichtlich der Weg an sowie all unsere Gouverneure und Kommandeure unserer Faust, Burgen und andere Autos Was? Erklären wir hiermit dass falsch einer der genannten Piraten sich am oder vor dem 5. September im Jahre des Herren 1718 einem der obersten Staatssekretäre von Großbritannien oder Irland ergibt oder einen Gouverneur oder Vize-Gouverneur auf einer unserer Anplantungen in den Übersee jeglichen oder jegliche Piraten der oder die sich auf diese zuvor beschriebene Weise ergeben erwartet unser großherziges Pardon für seine oder ihre Akte der Piraterie die vor dem 5. Januar des folgenden Jahres begangen wurden und wir befehlen und weisen alle unsere Admiräle, Kapitän und Offiziere zur See an sowie all unsere Gouverneure und Kommandeure unserer Faust Das ist echt tricky hier, die Scheiße Boah, ich kenne es schon auswendig Die Piraten sich am oder vor dem 5. September im Jahre des Herren 1718 einem der obersten Staatssekretäre von Großbritannien oder Irland ergibt oder einem Gouverneur oder Vize-Gouverneur auf einer unserer Anplantungen in den Übersee jeglichen oder jegliche Piraten der oder die sich auf diese zuvor beschriebene Weise ergeben erwartet unser großherziges Pardon für seine oder ihre Akte der Piraterie die vor dem 5. Januar des folgenden Jahres begangen wurden und wir befehlen und weisen alle unsere Admiräle, Kapitäne und Offiziere zur See an sowie all unsere Gouverneure und Kommandeure unserer Faust Burgen und andere Orte in unseren Plantagengebieten und all unsere zivilen und militärischen Offiziere derjenigen Piraten habhaben zu wehren, die sich weigern sich wie beschrieben selbst zu stellen und zu ergeben wo du kannst mich gar nicht sehen nein ich hasse sie die engine hallo er schießt nicht er schießt einfach er schießt nicht ich drücke dreieck aber er schießt nicht was sind diese schwule glocke ich geh doch mal ganz runter das bin ich gesehen ja 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 die das Buss! So, meine. Und akzeptiert die Begnadigung, sobald ihr mit euch im Reinen seid. Denn bis es soweit ist, dürft ihr allesamt Nassau nicht verlassen. Es tut mir sehr leid. Doch im Vergleich zu einer Anklage ist das Pardon eure beste Chance. Der Governor drückt sich viel zu freundlich aus. Verbreitet dieses. Akzeptiert des Königs Schutz. Sonst schleifen wir die Stadt bis auf die Grundmauern und brechen euch eure Hälse. Frieden, Commodore Chamberlain. Wir sind Gesandte, keine Scharfrichter. Noch nicht. Ja. Oh, vielen Dank, Sir. Gott segne euch. Ich sehe dies als winkte Schicksalsmänner. Wir sollten das Pardon annehmen und retten, was uns an Würde geblieben ist. Pisse. Ich hänge lieber, als mich diesem Hampelmann zu ergeben. Geh zum Arzt, Wayne. Wir hatten eine seltene Gelegenheit, eine Chance aus etwas Gemeinem eine Regierung zu formen. Getragen von Männern mit Visionen. Und in nur zwei Jahren, setzten wir sie auf Grund. Diesen Fehler mache ich nicht nochmal. Er sagt die Wahrheit. Und ihr Weltmehr ertragt sie nicht? Adieu, ihr versoffenen Achterdeckbauern. Wir sehen uns am Galgen. Ihr seid tote Männer! Bastarde! Und woher wir uns stehen? Ich brauche einen Schnaps. Geschafft. Alter, ey. Nee. 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 Du, Alter, Scheiße. Wer... Wer denkt sich so'n Scheiße immer aus, ne? Gott. Oh, weiß. Hier ist ein Dings. Hier ist ein Satz. Da. Für. Geh' ich nach zurück. Geh' dich drüber! Ich hole dich! Ich habe dein Schubbоду! Aua! Steh' da mach'ruf! Geh' mir hier zurück! Komm her! Schau, komm! Geh' ihn! Oh, haha! Oh, geil! Alter, irgendwie neue Moves! Was ist das denn, Alter? Voll gegen die Wand, so BOOM BAM! You, shut up, Plaggert! Hoho! Der hat einen Satz gemacht, so. Tschüss. Was soll ich mich denn jetzt machen? Ich kann hier nicht aufgehen. Den? Den schmeiß ich jetzt da runter. Tschüss! Oh. Da ist irgendwo gelandet, wo ich gar nicht landen soll. Aber egal. Ich will hier hoch, weil... Ich mal denke, dass ich dann irgendwo nochmal hier auf lande. Hey! Richtig getippt! Da war sogar ein Fragment. Cool. Hoho! 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 Hallo! Jetzt! Ich will Stress! Ich will Stress! Ich bin so schnell! Ich bin in mir im Eich. Ich habe hier in mir und in mir. Ich bin Octane. Ich bin in mir im Eich. Drei! Ich bin in mir! Ich bin in mir und ich bin. Ich bin in mir. Ich bin ein Träger. Ich bin in mir! doch ich hab doch auch wenn ich es vor einnehmen oder so es ist einfach nur rot das ist ja scheiße das ist ja sein können natürlich cool gewesen aber was die für geile moves eingebaut haben muss ich jetzt schon sagen äh richtig neue akaten richtig geile sogar weil das mit der mauer eben alter das war ja ein ding ich hab ihn ja vorher gegen die wand gerotzt ja 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 ja